So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine kleine Infofolge, denn der nächste Community Day ist angekündigt worden. Diesen Samstag ist ja der Community Day, der normale, reguläre mit Igamado, aber im Januar gibt es auch einen Classic Community Day. Ich habe gesagt, ich denke mal, das wird Lavita sein, es wurden auch Lavita Fotobombs gefunden in den Data Mines, viele andere haben sich gefreut auf Lavita und gehofft, dass es Lavita wird. Lavita hat bisher einen gehabt, den haben wir damals auch auf der Feste Kobo gespielt, mein Highlight war damals ein 98er Shiny, was ich dann auch mit Katapult-Steinkante hochgezogen habe und in Ehren gehalten habe. Das war auf jeden Fall richtig genial und ich denke mal, viele Leute würden es jetzt auch freuen, dass Lavita kommt. Die Hardcore-Spieler sind vielleicht geteilt und sagen sich, okay, das ist ja verliert an Wert und das brauche ich nicht mehr. Ich habe schon alles und die anderen Hardcore-Spieler werden sagen, genial, da kann ich nochmal 10 Stück pushen auf 50, weil ich schon 20 Stück habe und da pushe ich nochmal 10. Community Day Classic im Januar, Lavita. Das Ganze findet statt am Samstag, dem 21. Januar von 14 bis 17 Uhr. Pokémon des Tages, wilde Lavita erscheinen vermehrt. Kann natürlich Shiny sein, ist ja klar und exklusive Event-Attacke ist wieder Katapult. Also es gibt auch keine neue Attacke, es ist ja Classic, es ist eine Wiederholung. Ihr könnt also wieder Katapult erlernen, ist eine Sofort-Attacke. Wie bei vielen Sachen, wo ihr immer nur Lade-TMs dann gebraucht habt, Top-Lade-TMs, um die Attacke zu kriegen, habe ich nie gewusst, wofür ich eigentlich eine Top-Sofort-TM brauche, außer bei einem Despodar Katapult zu erlernen. Wenn ihr noch Ideen habt für Top-Sofort-TMs, schreibt es mal rein. Ich habe die immer nur bei Despodar angewandt. Das ist natürlich cool, um es als Gesteinsangreifer zu nehmen. Auch mein 100% Krypto-Despodar auf Level 50 habe ich rein zu einem Gesteinsangreifer gemacht. Statt bis hat er auch Katapult. Es wird wieder eine Spezialforschung geben, die könnt ihr wieder an eure Freunde schicken, verschenken. Also für einen Euro oder einen Dollar sage ich immer, das lohnt sich. Ein Euro sollte jeder für sein Hobby einmal im Monat übrig haben. Gut, im Januar sind es dann halt zwei Euro, weil es ja zwei Seedays gibt. Aber ihr wisst, ihr kriegt da eigentlich alles mögliche hinterhergeworfen. Brutmaschinen, Glückseier vielleicht, noch ein Modul hinterher, Sonderbonbons. Nehmen das einfach mit, für einen Euro lohnt sich das trotzdem. Event-Boni insgesamt, es gibt dreifache Fang-EP. Also für die Leute, die noch EP brauchen, noch ein bisschen leveln wollen, können ja die dreifachen Erfahrungspunkte mitnehmen. Rauch hält drei Stunden lang an, Log-Module halten drei Stunden und es gibt wieder besondere Schnappschüsse. Sonst steht hier nichts da. Sieht also ein bisschen mau aus. Die normalen Seedays mittlerweile haben ja gefühlt einfach alle Boni, die es gibt, verschiedene Boni kombiniert. Meistens sogar noch einen zweiten Spezialtausch, dass ihr zwei Stück an dem Tag machen könnt. Hier, Classic, wie früher. Es gab eine Attacke, alles hat drei Stunden gehalten und es gab einen Bonus. Entweder war der Staub oder Erfahrungspunkte oder Brühtdistanzen. Hier ist es jetzt wieder Fang-EP. Aber dreifach, was auf jeden Fall ein Unterschied ist zu doppelt. So, gibt es sonst noch was? Nein, gibt es nicht. Das war eigentlich schon alles. Das können wir jetzt abends noch fix raushauen. Was sagt ihr? Habt ihr Bock? Freut ihr euch auf den LaVidaSea Day im Januar? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich würde vielleicht wieder eine Stunde laufen mit Pupsi. Oder mal gucken, wann das ist oder was an dem Wochenende ist, weil gerade eh alles durcheinander ist. Aber das müsste in der Woche sein, wo Genaya da ist, war, aber wahrscheinlich da dann schon wieder weg ist. Außer man macht aus, dass man den zusammenspielt und sie danach erst wieder geht. Ich weiß es nicht. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. LaVida, Januar Seeday, Januar. Genial. Ist ein starkes Pokémon, ist ein nützliches Pokémon. Macht euch eine 6er-Armee mit Gestein. Macht euch eine 6er-Armee mit Unlicht. Werdet ihr nicht bereuen. Ist immer genial. Kann man so oft einsetzen. Also, peace out, Vorhaut, euer Ramses.